So soll es also sein, das Hinspiel des Halbfinals. Eintracht Frankfurt gegen den FC Chelsea London. Die Blues heute in gelb auflaufend, Eintracht Frankfurt in schwarz im ersten Durchgang von links nach rechts. Chelsea hatte hier die bessere Anfangsphase in der Liga zuletzt etwas geschwächelt. Hier wollten sie gleich den so wichtigen Auswärtstreffer erzielen. Olivier Giroud testet direkt mal Kevin Trapp in der Anfangsphase. Der ist aber aufmerksam, Loftus Schick kann gut verlängern. Der Abschluss ist dann eben zu unpräzise. Aber Frankfurt etwas gehemmt in der Anfangsphase. Weiterhin nur die Gäste aus London. Von Aspilicueta auf Pedro, der hatte ja gegen Prag im Viertelfinale eigentlich alles klar gemacht. Loftus Schick, Jorginho zu Olivier Giroud weiterhin 0 zu 0. Da konnten sich die Frankfurter erstmal bei Kevin Trapp bedanken, der eine richtig gute Partie hier absolvierte in der Anfangsviertelstunde. Nun auch die Eintracht nach vorne unterwegs. Der erste Abschluss sollte erstmal geschafft werden. Gacinovic und dann Jonathan de Guzman. Gar nicht verkehrt, im Gegenteil sogar ziemlich stark. Die Frankfurter mussten auf den gesperrten Ante Rebic verzichten. Sebastian Haller ebenfalls ja noch angeschlagen. Dafür Paciencia in der Startaufstellung. Gacinovic verliert erst den Ball an David Luiz. Bleibt aber dran und bekommt diese Flanke zu Paciencia. Paciencia, der liegt zurück und dann Mijat Gacinovic mit dem nächsten Abschluss. Die Partie wurde nun offener und Frankfurt erhöhte den Druck. Viele Möglichkeiten auf beiden Seiten. Bessere Phase gerade der Gastgeber. Und Luka Jovic muss hier gegen Kepa das Ding eigentlich reinmachen. Weißer selber, so frei kommt man nicht häufig zum Schuss im Halbfinale des Europapokals. Aber Kepa ist eben auch nicht. Irgendeiner bleibt ganz cool und wird ihn dann relativ einfacher. Philipp Kostic kommt erst nicht durch, aber jetzt etwas Slapstick. Sie kriegen es nicht geklärt, die Londoner. Aspili Cueta grätscht dann den Ball vor die Füße des Eintracht-Spielers. Und aus Spitzenwinkel ist Kepa dann wieder da. Richtig zufrieden konnte er aktuell nicht sein. Nach 45 Minuten stand es dann 0 zu 0. Die Anfangsphase klar auf Seiten der Gäste dominant geführt. Sie wurden schwächer und Frankfurt vor allem wurde deutlich stärker. Die Anfangsphase hier im zweiten Abschnitt wiederum gehörte den gelben Gästen. Pedro legt zu. Loftus Schick, Aspili Cueta, Loftus Schick und Ross Barclay versucht es da ganz artistisch aus 11, 12 Metern. Frankfurt muss da aufpassen, nicht den Treffer zu kassieren. Die Auswärtstorregel in der Europa League ist ja omnipräsent aktuell. Da Costa, Jovic wieder zu Da Costa. Paciencia scheitert an Kepa, setzt aber nach und bringt den Ball dann über die Linie. 59. Spielminute. Gonzalo, Paciencia der Portugiese mit dem Führungstreffer für Frankfurt. So, so wichtig. Und das, weil Dani Da Costa sich durchsetzt und Paciencia dann nachsetzt. David Luiz reagiert eine Sekunde, eine Hundertstel, eine Zehntel, wie auch immer. Zu langsam und wird dadurch geschlagen. Sie wollten schnell antworten, die Gäste. Giroud gegen Abraham. Etwas Glück, dann der Ball zu Ross Barclay. Und dann war wiederum das Glück auf der Seite von Frankfurt. Barclay ans Aluminium. Ganz knappe Geschichte. Es wurde nun zu einem offenen Schlagabtausch. Sebastian Rode, de Guzman, Gacinovic. Mit etwas Glück setzt er sich hier wieder durch. Und dann der Abschluss. Einige Zentimeter zu hoch angesetzt. Sonst vielleicht auch zu zentral getreten. Kepa wäre eventuell auch noch da gewesen. Makulatur ging ja eh nicht auf den Kasten. Schlussphase. Zehn Minuten noch etwa auf der Uhr. Jovic steckt durch zu. Miad Gacinovic. Und jetzt war er endlich erfolgreich. Feuerte aus allen Lagen im ersten und im zweiten Durchgang. Und nun ist er belohnt worden. Richtig gut hier auch durchgesteckt. Und Gacinovic bleibt vor Kepa. Eiskalt setzt den Ball oben rechts rein. Jovic ohne eigenes Tor, aber dafür eben mit dieser wichtigen Vorlage. Und Frankfurt wollte noch einen drauflegen. Chelsea war jetzt erstmal klinisch relativ auf dem Nullpunkt angelangt. Und Gacinovic nochmal, aber jetzt war es etwas zu ungefährlich. Bloß nur nicht den Auswärtstreffer kassieren. Pedro auf der rechten Außenbahn. Rode mit dem Fehler und dann lobt es Schick gegen Kevin Trapp. Dann setzt Chelsea nach, wird aber im Anschluss nicht mehr gefährlich. Die 90 Minuten waren also schon mal überstanden. Ohne ein Auswärtsgegentor. Das 2 zu 0 eine herausragende Ausgangslage. Aber an der Stamford Bridge muss man auch erstmal bestehen. Miad Gacinovic mit einer richtig starken Partie. Mit seinem 2 zu 0 sind die Vorzeichen aufs Finale durchaus positiv. Jo, das war es dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten tippt gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und Tschüss.